Wir haben also Populismus in unserer Gesellschaft. Wir haben sowas wie einen neuen Nationalismus in unserer Gesellschaft. Wir haben durchaus gravierende Veränderungen im Parteien-System, in vielen westlichen Demokratien. Das heißt, wir haben Probleme, die neuartig sind. Und um die wirklich zu verstehen, möchte ich nochmal einen Blick zurück auf die Kernbegriffe Ideen, Normen, Identität, Kultur werfen, weil eben alle miteinander in Zusammenhang stehen und neuere Tendenzen im politischen System sichtbar machen. Ideen, könnte man sagen, das ist das, was wir in unserem Kopf so mit uns herumtragen. Viele würden auch Ideen mit Wissen gleichsetzen. Die Struktur von Ideen in einer Gesellschaft bezeichnen wir normalerweise als Kultur. Ideen konstituieren ihren Normen wiederum. Normen hatten wir mehrfach schon definiert als wertegestützte, intersubjektiv geteilte Erwartungen angemessenen Verhaltens. Sie stehen mit Identitäten in einem direkten Zusammenhang. Identitäten und Interessen sind deswegen in einem Zusammenhang mit Normen, weil eben kollektive Ziele formuliert werden. Und das wiederum darauf basiert, was man gut findet in einer Welt, was man schlecht findet. Das heißt, Normen beschreiben und schreiben vor, was zu tun ist. Dritter Begriff, Identität. Identität gleich Subjektivität plus Differenz und dann die unterschiedlichen Formen, die wir in der letzten Lektion definiert haben, sind niemals stabil. Ich würde sogar hier postulieren, dass es so etwas wie Identität gar nicht geben kann. Man kann sich höchstens identifizieren mit einem politischen Projekt, das im politischen System eines Landes eine Rolle spielt zu einem gewissen Zeitpunkt. Kultur wäre dann die Summe von Ideen in einem System, die Summe intersubjektiver Strukturen in einer Gesellschaft, könnte man auch sagen. Also die Summe von Ideen, Normen, Identitäten. Und das alles spielt natürlich für das, was in unserem politischen System passiert, eine große Rolle. Wenn wir beispielsweise nicht davon ausgehen, dass wir alle nutzenmaximierende, zweckorientierte Homo economicus sind, dann müssen wir davon ausgehen, dass Normen, die durchs politische System gesetzt werden und sich verändern und Identitäten eben eine große Rolle spielen. In der vergleichenden Politikwissenschaft ist es so, dass Ideen, Werte, Normen nach wie vor sehr stark als Instrumente zur zweckrationalen Durchsetzung gegebener Interessen angesehen werden. Was problematisch ist, ich glaube, man muss hier trennen zwischen Rationalität auf der einen Seite, Kultur auf der anderen Seite und die Konstituierung von Rationalität in unterschiedlichen Formen durch Kultur und Identität.